ja willkommen mein namen ist dann über die und spiel größer ich zurück zu let's play tales of berseria ich stehe hier schon seit fünf stunden und dieser blöde wolf guckt mich immer noch an was soll das und ja in der letzten folge haben wir die gallegale gallesseestraße abgesucht nach unseren vermissten den wir von der schattengilde hier retten mussten für die schatten wir mussten nicht von der schattengilde retten und ja wir haben dann noch so einen stufe rot gegner platt gemacht und jetzt machen wir uns auf dem weg und dann guckt er immer noch dein weg geh weg der plus zehn prozent mehr laufgeschwindigkeit und kriegst mich nicht mehr und war noch so ein stufe rot gegner fragezeichen mann stufe rot gegner warum gibt es nur zehn von ich kann nicht vorstellen zehn von ihnen gibt weit bin ich dann schon im spiel ja irgendwie von jetzt schon der dritte irgendwie finde wie komme ich überhaupt dahin hat da ja natürlich da wenn wir eigentlich sollte mal bei irgendein laden vorbeischauen um irgendwie ein paar ringer zu kaufen in dem wasser und die wind ringe aus aber ich glaube ich jetzt einen anderen ausgerüstet bekommen jetzt in folge trotzdem und schon sagen noch einer hat kommt einer will höher als der letzte fähig dass ich bekämpft habe ja du sagst von beiden aus wie ein schwein aber okay heute fragezeichen was wieder was hat uns weniger gemacht so erfüllt die gleiche logik wie bei test hysteria die riesigen geht er mal hat die größere gegner zu langsameisen und desto leichter sie zu treffen und aus dem weg zu gehen ich habe gehört wird hier nicht der fall so hat denkt jetzt schon genau sagen die letzte kam sehr gut weil es hier schon wieder passiert das ist ja da konnte wir fliegen das ist ja wenn das getrefft aber niemand hat ja wenig genug wird schon sehen was zum teufel auch wenn ich hier mal kilometer perfekt zu schlagen wer doch gerade auch niemand hat hier seine mystik hat bereit damit und weiter auf den rauch auch mein gott wir beide oder hat nein weg was dort unbedingt wieder belebens auf damit also aber deshalb in angriffe auf damit er ist auch von dem ist mal flüchten habe ich soll gefühl haben wir ja gar nicht mehr voran ja ich meine kumpel marschale anrechten aber jetzt mal jemand diesen ist macht hier ich merke auch gar nicht alter auf den angriff immer ich weiß auch woran liegt ich setze die ganze seelen gegen uns allen wer hat dann genug dinger ja so klar werden das hat jeden angriff einsetzen kann aber wir haben ein bisschen hochgehalten werden ja die ruhig auf ich habe keine dinge zu einsetzen weil er sagt sein eine riesige energiewelle ein sein riesen hartes hat auch immer das sein soll und verliert er eigentlich keinen dinge selbst ich war eigentlich die seele verlieren wenn ich so betreut habe ich ruhig ein bisschen höher ein lach ist nicht so kalt ich hatte kein problem mit dem zuhause ich sage für ja auch weiter so ich muss gar nichts machen nachdem ich aufgehört habe meine seelen sich einzusetzen weil er vor einfach fällt her da zieht es leerlings er auf mittlerer schwierigkeit oder höher auf eine zufällige fähigkeit die erst temporär mit dem die meistfertigkeit erlernt werden irgendwie nicht so am ende ja Und dann bin ich, dass ich mich von den Armut von einem 500 Jahre lang gebrochen habe. Ich bin total mit der Befehlungen. Ich kann mich nicht auf die Befehlungen aufsetzen. Ich kann mich nicht auf die Befehlungen aufwachen, aber ich bin ganz genannt. Ich bin ganz begeistert und folgt. Aber ich weiß, dass du ganzes Namen der Befehlungen an. Du hast gesagt, dass ich das auswachen, aber ich habe gehört, dass ich die Befehlungen aufgewachsen. Und dann kommt er um die kleinen Kampfs-Kantin auf dem Fernsehen. Ein alter Vertrauen der Kampfs sich um Wälder zu gehen. Ich kann ihn ja dem Gehirn uns nicht mit den Kampfsangeln anzusehen. Ich habe wirklich mit den Frieden des personnages gedacht, aber ich hoffe, dass das Einbruch an want. Das heißt, die das Einbruch des Wälder für die Vänseben verlebt haben, um ihre Gehirn zu retten. Ich habe das Gute in den Mordern ganz wichtig dafür gescht. Was für den Mordern? Ich habe den Mordern. Ich habe den Mordern. Ich habe die Mordern und Weise geöffnet. Ich habe den Mordern. Ich habe den Mordern. Ich habe das Tuo für die Arzt und Ich habe ihnen geholfen. Also haben mich immer vierter Investoren. Was ich möchte an, oder? Ich weiß... Wenn ich das das für mich aber nicht tun soll… also klappt komplett hier am spiel irgendwann wird auch bestimmter punkt kommen wenn er hat jetzt schon anspricht vorher vorstellungen ja so was hast du wer hat hier noch mal was bekommen ich habe es schon wieder vergessen das gibt mir auf stufe ja ich will aber erst mal denken sie ja der dritter kann ich ausgerüstet hier mehr sachen nach dem kampf hätte ich gerne hier fällt ja sie bekommen ja ich glaube schon gar nicht aber auch gar nicht war noch eine ganze zeit hier zerstört er hat von da muss ich zerstören ich weiß es nicht wer hat hier mit der fähigkeit die auf sich hat freigeschaltet haben also mehr punkte nach einem kampf also punkte für meisterfähigkeit und so eine passive ist oder ob er jetzt zufällig war passiert ich weiß nicht die expedition überhaupt geschickt letztens ja zwei minuten gut dann machen wir einen kleinen einkaufsbummel weil ich auch glaube ich noch ein paar ringe und ich baue ein paar sachen ja paar rezepte rezepte zutaten ich bringe das jedes mal durcheinander in geheim welchen tats auf spiel material ich sag mal rezepte und ja wir brauchen wir auch mal ein paar wieder weiter kochen können mit dran geht so die schaden einfach nur damit war ein aufleveln ja ich da mit dem level ja ja schon ernst nehmen dann richtig wo ist der shop dane da habe der neue klamotten ja will ich die haben nichts neues verdammt tor vor mir aber will ich aber nicht ich will mehr hier von mehr davon ob das nichts gemacht so ringe 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 ich habe kein ding sei kein wasser oder kein ding ins ringe gibt es da einfach nicht auf focus an griffen weg damit und von irgendwas habe ich doch 99 dann soll ich doch vielleicht mal verbrauchen ich will gerne mal wissen welche wie viele effekte man maximal haben kann schaden gegen betäubte gegner ja das ist auch perfekt mit seinen dingen erfahrungen durch den sieg über untote gegner bringt aber auch schon wieder alles durcheinander dann ich will nicht so viel aufwerten erst mal gucken wie viele fähigkeiten eine waffe überhaupt haben kann ich mich auf eine festlegen kann also wird alles bis zum warte mal da ist bis zum ende verschoben ja ich hatte erfolg ich habe für beide direkt bekommen wollte schon sagen ich bin zehn stück von den piechern ort verstehe ich und ich würde nach schwingen ernsthaft ihr könnt ihr euch keinen besseren namen dafür einfallen lassen brotkrumel rezept entdeckt zwang hack steak surprise haben wir jetzt hier alles nein ich habe neue dinge mehr kunde spezialgebiet frei hat also ja auch ja okay was ist ein brotkrumm satten dingen ich hoffe nur ein bekomme ich 13 direkt bekommen was weiß ich weiter weiter in der story ein hinterhalt weiter ein überfall auf die kirche medizinische gesellschaft an der dann an fernstraße auf dem jahr wird eigentlich dieses kellner spiel noch mal machen kurz cool story cool story eine weitere stufe davon jedenfalls wenn das spiel spielen habe ich seit welt ja kann ich für jeden kellner kostüme freischaden oh gott obst torte und dann passierte ob gott ob sorte und grüße der ob gott hier hier meeresfrüchte saat jetzt ist auch ein alter ihr habt schon zu ende gegessen hallo wie geschafft weiter ja klar weiter noch acht ok kraft brühe tofu salat und mildes curry doofu salat und wildes curry mildes curry banan passiert ja keine banane überraschung den älter scott online tofu salat und obst torte obst torte obst torte so marburg curry und für sich passierte ja da sein herr fehler und habe mehr obst heute ja damit lax gemüse ein topf wäre es möchte salat mädels curry kein bildes obst hatte kein problem ja rein alter wie sie passierte dann weiß ich sogar auswendig für die ganzen denn auch gott sind ja viele leute kraftbrühe tofusalat das curry kraftbrühe tofusalat das curry war ja es war gut aber das war das werde ich dann noch warten also er wird irgendwie geschafft und jetzt hier zu hause geführt danke dafür mit bald die uniform als entschädigung für deine bühne jaha ist ein schönes band das ist zu deiner uniform passt denkt am professionell ist auftreten ist die halbe arbeit dienstenschleife gute arbeit geht noch weiter mein gott für jeden charakter ehrlich meine mühse wenn auch ein spaß hier habe ich das gefühl soll jetzt keine quest mehr wird daneben gespräch halt wird und jetzt auch da bist du auch so ein spiel aber einfach da kannst du ihn also die 3ds version davon war einfach da kannst du zu klappen wir machen und ja aufschreiben oder irgendwie weil er nicht mehr funktioniert hat schon lange er hat jetzt ein bisschen hektisch habe ich schon fast nicht geschafft gut weiter aber ein text und ist überhaupt hin verteilen da oben wort fragezeichen ist da wo der stern ist war war ich nicht in dem gebiet ok ja verdammt ich habe diese 99 dinger verkaufen sollen warte da hat er nicht umsonst getan so seid ihr irgendwie einfacher geworden oder bin ich mir rein einfach mal spammen hier damit wir Dings bekommen ja schon wieder hat gegessen ja er hat vor den augen aller irgendwie ja was gekocht und hat sein allein gegessen ja man hat lecker die wir davon gegessen so seid ihr denn da kommt so eine bär das musik im hintergrund schon wieder so rote kisten doch klar er bekommt er bekommt er so eine bär das musik als wert hier irgendwas echt super elite typen oder wie leuchten ja feuer spucken macht ihr kaputt ja wie jemand betäubt ist ja feuer späck ja man hat peter so kohle 襲撃者は強馬か so leia kaklo わざっくりも止められないよな 医療団 逃げ去ったようだ ok 奴らが欲しがっていたのはこの薬か 業界の風刺 薬 それ奴らのか うん 三人みんなつけてた なんなのかな ただのゴーマよ 事前団体を襲うような これで婆さんのお使いは全部こなした ログレスの酒場や 前方だろ なんして本当に 俺がätzen 彼にも いいです 彼にも そういう事を このように 動画にも はい どうしても このように 微具を 食べたべき どうしてもう 分からない はい お金 ニュー お気を入りました warum müsst ihr mir eigentlich immer alle sagen dass dazu der zurückgehen muss ist ja nicht so als hätte ich so eine riesige aussage wo ich sonst hingehen im moment sie sind vampire so ein klinger bestienzahn und nix ich werde eine hilfe sein muss mal genau überhaupt war die ganze zeit doch bei uns oder also bist du seiler natürlich das hat mich gefallen Du denkst, dass du dich in der ersten Seite bist. Was? Dass du dich so weit entfernt hast, ist, dass du dich so weitermachen kannst. Das ist, dass du dich so weitermachen kannst. Wenn du dich so weitermachen kannst, kannst du dich so weitermachen kannst. Was? okay dann auf so taverne wenn wir ruko nicht dann bist wir zum glück nicht wo wir hingehen sollen dann bin wir die ganze zeit nur so im kreislauf und 30 minuten durch im kreis laufen sehr schön das soll ich mal bringen wie es aber als 1. april ach guckst du so niemand an so kein april schätze machen wenn ich den keine hand guckt deshalb viel zu kriegen hier weg vb ja danke ich übrigens nicht gut dazu auf magel um gar das wer wird keine miste tat bleibt ungetan ich sehe doch schon wieder auf laufze zu korrumpieren auf den kleinen unschuldigen jungen ja zu verderben nur soviel vor sein leben muss noch die welt sehen und dann wird er zum verbrecher nicht beziehen sie ganz problem ja 3 schleift wo ich sie auch schon wie die unsere erfahrungsbilder aussehen werden also grotten pot hässlich roten pot hässlich beides auf einmal ja gut story gehst du hier weiter ja doch ja ja Na? Ich habe hier noch ein neues, ne? Ich habe hier noch einen neuen, den Gn-Simon. Also es ist ein gewisses Gn-Simon. Wir haben hier nur mehrere andere Gn-Simon. Wir haben hier noch einen Kampf. Es kommt mir immer noch ein Kampf vor ein, aber... Es ist natürlich auch ein Kampf, oder? Es ist genug, aber es gibt für mich. Es gibt immer noch eine große große Fäume. Es gibt immer noch ein Kampf. Aber in der Müll, es hat immer noch eine große Fäume aufgetragen. Es gibt auch eine große Fäume. Es gibt auch ein Kampf, oder? Ich glaube, es ist ein Kabel zu verabschieden, aber es ist ein Kabel zu verabschieden. Aber es ist ein Kabel zu verabschieden. Aber es ist ein Kabel für die Leute zu überprüfen. Oh, we feel that. This is not the most穏. We can't do that. We can't do that. Okay. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich nicht so gut. Das war's für mich. Nein, ich bin der Tür. Ich bin der Tabasá Baskabir, der Bayer von Lübber. Ich bin der Schlecher von Verwälder. Ich bin der Vellbet. Ich bin der Vellbet. Der Vellbet hat immer noch eine Kirche von Longsbräu auf den Räuber beobacht. wie es noch mal die ist noch mal die organisationen test ist er ja und rose den signier blutschwing halten Ja. Zwiedichtigere Geschäfte. Ach. Jäu, jäu... Jäu... iklö… Jah? 真的. Je ramblais? Jaha? So wie Atolios. Manchmal sehe ich echt Ednas Gesichtsausdruck in seinem Gesicht. Jetzt gibt es die Hände des Händers. Wenn ich mich nicht so einfach, werde ich mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Was kann ich nicht, dass ich mich nicht verletzen kann? Ich habe mich nicht verletzen. So, ich bin sicher. Oh Gott. Ist hier irgendwas wieder? Nein, gut. Okay, dann war ich schon vorbei. und dann sah ich dachte ich hatte werden kräuter und so was neu ist ich glaube nicht nur wasser jetzt habe ich aber 2 ob wir hier von ein paar mehr wo ich habe gerade zu viel geld dass man erst mal das gleiche weg damit ist nicht so viel zeit hier noch verbrauchen aber mittlerweile kann ich alles irgendwie mit einem effekt hier irgendwie wegballern habe ich sollte vielleicht mal gucken da nicht so ein bisschen geld treiben baller aber meine expedition dauern acht minuten ich war wahrscheinlich hier im park beenden acht minuten warten und zehn minuten und dann weil ich wenn ich mich auch ein bisschen auch zu gehen trainieren mal schauen über zu ich erst mal speichern und dann sehen wir uns in der nächsten folge von jetzt playtales auf der serie ja ich bleibe mich alle zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge